Moira Jane Harris ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Leben. Sie studierte an der School of Theatre in Dance Illinois State University und schloss ihr Studium 1976 ab. Seit 1976 ist sie mit dem Schauspieler Gary Snys liiert und trat früh der von Snys mitgegründeten Steppenwolf Theatre Company bei. Ihren ersten Auftritt hatte sie dort in der Saison 1976-77 in dem Stück Die Unterrichtsstunde einem Einakter von Eugene Ionesco. Bis Mitte der 1980er Jahre trat sie regelmäßig in Inszenierungen des Steppenwolf Theatre auf. Seither war sie auch in Fernseh- und Filmproduktionen zu sehen. 1987 gewann sie einen Midwest-Emirat für ihre Rolle in Murder in Green Meadows. Seit 1981 ist sie mit Gary Snys verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Theaterrollen 1976 The Lesson 1976 Look We've Come Through 1976 The Love Least Afternoon of A Year 1977 O.O.L.A. Night 1977 Mac and Angus Over the Rainbow 1978 The 5th of July 1978 Philadelphia Here I Come 1979 Exit Eking 1981 Big Ma 1981 Waiting for Aller Parade 1983 Amun for Aller Missbegotten 1983 The Miss Fire Cracker Contest 1985 Coyote Ackley 1986 Lüdi Brice 1986 Franz Wilde Years 1986 Bang 1986 Coyote Ackley Hot Tien Roof 1987 Little Egypt 1989 The Homecoming 1990 Love Letters 1991 Curse of All-Star Winkless 1993 Rotor Nirvana 1998 The Playboy of All-Western World 2000 Cross Town Traffic 2013 The Birthday Party Filmografie 1986 Welcome Home Bobby 1986 The Fantasist 1986 One More Saturday Night 1992 Von Mäusen und Menschen 1993 Der Preis der Lust 1995 P.C.S.P.E.K.S.P.E.L. Ein unglaubliches Abenteuer im Wilden Westen 1995 Das Geheimnis der Drei Wünsche 1997 Breakdown 1997 Chicago Cap 2003 Terminator 3 Rebellion der Maschinen